174. Folge von Simotrans das Ding ist eine Mühle Ostdeutsche ne ich weiß jetzt nicht wo es herkommt wo es hingeht ist das hier oben das mit der Hopfengeschichte ne das ist keine Ahnung gut was machen wir wir haben uns um was gekümmert wir haben uns um die Passagiere gekümmert hier und haben gesagt wenn sich das irgendwann ergibt dann nehmen wir vielleicht auch von der Bahn einen runter und dann fahren nicht mehr drei sondern noch zwei von den TEs wenn sich das nicht mehr rentiert aber momentan fahren die ja gut so jetzt ist nur die Frage was als nächstes wir hatten letztes Mal ja diese Schökerliste aufgemacht nicht hier das das war falsch sondern das daneben und haben dann die Bahnhöfe genommen und haben nach wartend geguckt und ja jetzt habe ich schon wieder durchgeklickert wartend und aufsteigend nee absteigend so da haben wir ganz viele Passagiere die da warten die sind unterwegs mit Fahrzeugen verschiedenster Art Zug Bus Schiff vielleicht sogar ja auch Schiff und der TE der holt da gerade welche ab aber bringt auch wieder welche hin also das tut sich sowieso hier nicht verändern weil die kommen und gehen also da sind wir dran ja das ist hier der Umsteigebahnhof der wird aber weniger da hatten wir ja mal richtig viele da sind jetzt schon viel weniger über Döbeln Südostwald geht hier die Schwarzgeschäfte ja da unten ist jetzt einer angekommen egal Linienstraße da fährt der TE jetzt auch lang der nimmt die alle mit über Adenau aus Straße Rathaus 1483 die wollen also alle mit dem Fernbus sozusagen fahren ne das ist auch immer eine Zahl ne die wir auch nicht runterkriegen werden denke ich mal aus deutsches Rathaus die wollen alle hier hin so da ist jetzt zu überlegen dann da ist noch ein Haus hinter ne ja ob wir hier irgendwie schaffen einen Zug hinzukriegen ne bei so vielen Leuten müsste man das eigentlich machen oder was ist das hier für ein schickes Gebäude Touristenattraktion kirchliches Gynasium so wie würde man denn jetzt hier wenn man da eine Zuglinie macht das anschließen hier wahrscheinlich lang dann ne hier hoch rechts rum und dann geht's los hier ist doch ideal oder würde ich jetzt mal sagen wir fahren der lang und wollen wir da die Passagiere dann nachher da hin transportieren oder und hier machen wir den Bahnhof irgendwo hin also wir bauen da mal was hin ne ne das brauchen wir dann gerade nicht das kann erstmal weg das nehmen wir dazu ja 160 ist schon mal erst eine gute Sache die geht hier hoch und dann kommen wir von da und gehen nach da so jetzt wollen wir einen Tunnel haben ne wo ist hier ein Tunnel ich sehe das Portal nicht doch da ist es aber 160 können wir nehmen ne und dann hat er schon durchgebaut super das hat mal geklappt und dann geht die Reise hier weiter ne nochmal abtragen oder ein Tunnel Tunnel viel cooler oder 160 so dann kommen wir da raus bei der Bäckerei wäre dann gleichzeitig der Umschlagplatz ne würde auch für Mehl zum Beispiel Sinn machen ne was haben wir denn hier am Bahnhofsmöglichkeiten Längen machen wir hier zwei Gleise hin so und dann nehmen wir einen Gütergleis nehmen wir mal das jetzt hier fünf, sechs, sieben gehen wir machen aber nur sechs und dann Personen einseitig überdacht sechs fast ok und dann basteln wir eine Linie oder Zug ist da neue Linie ist da los geht es hier und und enden tut hier unten aber nicht hier sondern da gut und die zweite Geschichte wäre diese hier ne das Mehl transportieren kommen wir da lang ne so das ist hier eine neue Linie müssen wir erstmal Regionalbahn Adolf Zell Adenau gut passt ach so doch wir kommen da hin wir haben ja hier irgendwo den Lok schuppen der da ganz unten ist aber ne was setzen wir da für einen Zug ein das ist die Frage ne Passagierzüge ja da wer ist denn hier der erste von x-Wagen gibt's dann kopf zu was machen wir denn hier 1 ne 64 Cent 10 Passagiere 100 Passagiere wie schnell fährt denn der Höchstgeschwindigkeit 200 kmh wow was haben wir hier noch für Blechbüchsen Silberlänge sind's nicht Blechbüchsen äh der blaue sieht auch ganz schick aus ne der fährt aber nur 100 sonst noch was ja ich würde den 100er da jetzt hinschicken oder 78 Passagiere und der auch 2,03 2,03 und er hier natürlich super günstig da aber der ist teuer der geht nicht was haben wir denn hier noch Doppelstockwagen ist das da gehen richtig Passagiere rein dann nehmen wir da hin doch oder das ist der Schluss ne das ist der Steuerwagen hm ist aber wieder teuer wie man sieht ne 3,34 Euro sind wir hier mit 2,33 per Liga ja den da hin und dann den da dran oder und wie will gehen da rein 78 und hier auch achso dann kann man nur so machen doppelt das soll reichen oder ja und der geht auf die Linie Regionalbahn hat man gesagt Adolfzell Adenau und starten wir doch mal da kommt er raus dann nehmen wir mit 312 Passagiere fahren damit gut dann machen wir das zu und der ist unterwegs und den Mailzug den müssen wir auch noch machen ne da brauchen wir aber erst die Linie und ausweichen oder? das ist nur ein kurzes Stück aber eine Ausweiche muss da sein oder? ich würde sie jetzt mal sagen hier hinsetzen so und wenn wir was mal irgendwann erweitern würden dann würden wir das auf dieser Seite machen würde ich jetzt mal sagen so Signale dahin und passt so das haben wir dann die Linie und zwar nach da unten und dann nach da oben gut passt aber was machen wir da mit dem Mail ich denke mal hier machen wir 100% oder? an der Mühle ah der Personenzug ist schon durch ah und wie gehabt na jetzt lassen fahren egal die bringen das Mail halt weiter nach dahin dann passt das schon ja würde ich jetzt sagen so hier warten wahrscheinlich nicht genug Passagiere weil die noch gar nicht wissen dass das hier los geht der sieht doch schick aus hier schön blau so die Passagiere sind jetzt drin die vier jetzt muss man mal gucken wie sich das hier ergibt Umschlag Bahnhof ist glaube ich hier und Linie ist das Busverbindung gerade auf Zelladner oder was es auch immer heißen mag so ja dann kannst du mal hier den kannst du mal hier ausmustern aber einen müssen wir glaube ich noch fahren lassen weil der an der Klosterdingens da auch anhält und so jetzt schmeißen wir auch runter und der ist gerade auch leer geworden also leerer muss dann mal den dann auch raus wir können mal gerade die anlassen damit wir sie sehen wenn sie raus sind so dann sind noch zweier drauf und der Postwagen ich glaube das lassen wir dann erstmal so müssen aber hier gucken dass der gut hat ne 31 hat da gibt es Umsteiger da fährt gerade der andere rein aber der wartet auf freie Linie wahrscheinlich sieht so aus der ist wahrscheinlich da ne so wir haben den Zug schon gemacht aber der fährt jetzt wo ach der fährt hier unten rum das ist die Mehl Linie oder Getreide vielmehr der ist der Richtige den brauchen wir gerade nicht der fährt jetzt leer durch die Gegend und er hat die 31 und er muss noch entladen dann sind nur noch zwei drauf jetzt muss man mal gucken wie viel er hier schafft so der ist gleich im laden 6 von 68 er hat jetzt 31 und jetzt 2 da müssen wir noch optimieren denke ich mal er hat jetzt 260 da geholt dann bringt die auch weg ja da müssen wir gucken wie er weiter zurechtkommt und hier was ist das für eine alte Stelle wo ist die die ist da ok können wir gerade rausziehen wo fährt er denn jetzt hier lang ist doch der Bus ne einer der Busse der eine ist weg der fährt gerade durch dann müssen wir mal hier reingucken dann sehen wir das hier rein Lilienthalstraße Klosterbauerei Ostdeutsches Rathaus ja der fährt wunderbar die lange Strecke auch die nehmen wir ihm jetzt aber weg weil da in der Lilienthalstraße reicht es ja wir können mal das löschen und ja wir können auch dieses hier löschen weil diese Einträge reichen dann dann braucht er nur die Klosterbauerei fährt er nur an blöd ist jetzt gerade was mir auffällt dass wir gerade ihm auch die Post geklaut haben die fährt dann da auch nur lang hm ja das heißt wir machen eine neue Linie und zwar von da hat man erst gesagt nach da und dann nach da und dann nochmal zurück das ist dann erledigt und das ist Post Radolf Zell äh Kloster Osimba Kloster Brauerei Adenau So das passt und müssen wir jetzt den Postwagen der gerade da hinten neuen fährt holen und der kriegt dann nicht laden soll er die Runde noch zu Ende fahren und wenn er das leer ist dann kann man umswitchen so der fährt nur noch die Klosterbrauerei hoffentlich an und er nimmt dann die ganzen Passagiere mit ist aber gerade da hinten und das bringt es dann nicht so das wird sich aber gleich ändern denke ich so Postwagen muss noch zwei Säcke nach Livienthal bringen und dann switchen wir den um da kommt schon da kommt schon da ist er und hat dann entladen so dann dahin dorthin und die Post ausgesucht Radolfzölle Kloster Brauerei und läuft so passt im Bild er darf auch laden und er kriegt aber gleich die Linienstraße als erstes Linienthalstraße als erstes vielleicht gibt es ja schon Post ne bestimmt ja sechs Pakete gehen schon auf die Reise wunderbar da sind die 41 Passagiere und hier oben sind 312 dran das ist schon eine Hausnummer da sind sie jetzt voll und das können wir schließen da feiert nur noch der warte mal der ist leer zum Depot hat gerade so geklappt ne und dann können wir gleich aus muss dann auch zack weg ist er da reicht ein Bus für die kurze Strecke jetzt gut haben wir das er fährt voll er ist auch gut unterwegs der andere war ja eben leer und dann bedeutet das dass wir in der nächsten Runde nur einmal gucken müssen dass wir sag schon das Mehl noch machen ne dass wir da gucken dass wir da noch eine Linie drauf setzen dann können die LKWs auch von der Straße runter und wir fahren erst mit dem Zug dann dahin ok dann würde ich aber sagen sind wir soweit erstmal durch gucken noch gerade bis der da ist aber wir werden sehen wie viel zurückfahren hier unten sind es nur 5 bis zur Klosterbaurei wie viel kriegt er mit jetzt wo keiner mehr da ist haben da schon Busse was hier hergekarrt ja 48 das könnte mehr sein aber ist erst so aber naja die 312 haben es erstmal da oben mit 2000 oder sowas sind da weniger geworden ne würde ich sagen gut das ist erledigt und irgendwann kommt da auch ein Bus vorbei denke ich da oben ist er ja der hat schon wieder 42 für die Bäckerei dann passt das schon wird der wohl demnächst dann ein paar mehr dahin kriegen 46 jetzt sogar das wird werden denke ich ok dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins macht euch die Glocke an dann seht ihr wenn das nächste Video von mir hochgeladen ist und falls euch diese Folge was Positives gegeben hat dann gebt ihr doch einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss